Oberpfalztag. Wir feiern Oberpfalz. Ja, zum Feiern haben die Oberpfälzer Grund genug. Immerhin ist ihre Heimat der Nabel Europas. Der Hidden Champion der Nation. Und zweifelsohne die Perle des Freistaats. Und darum feiern wir 2021 den ersten Oberpfalztag. Ein großes Fest für Jung und Alt, bei dem sich zeigt, wie modern, bunt und innovativ die Oberpfalz ist. Mit der Gelegenheit für regionale Vereine, Kulturschaffende, Künstler und Musiker den Tag mitzugestalten. Festmahl und Gaumenschmaus moderner regionaler Küche. Festakt mit Politik und Bevölkerung. Und Gelegenheit Oberpfälzer Produkte, Unternehmen und Innovationen zu entdecken. Lerne die Oberpfalz kennen und schätzen. Und genieße und feiere einen Tag, der seinem Namen gerecht wird. Oberpfalztag. Am 15. und 16. Mai 2021 in Amberg. Mehr Informationen findest du auf oberpfalztag.de Und selbstverständlich werden wir alle bis dahin gültigen Hygieneregeln beachten, um die Gesundheit unserer Gäste zu schützen.